Hey, hoi, schön bist du da. Das ist die erste Folge von Aufbewährung, Leben mit Gefängnis. Der Podcast, der hier auftut und hinter Gitter schaut. Hier bekommst du einen Einblick, wie der Justizvollzug im Kanton Zürich funktioniert. Ich rede mit Leuten, die im Gefängnis arbeiten und ich will wissen, wie ein Leben in Haft aussieht. Und mir nimmt die Wunder, was ist dran an der Kritik von Kuscheljustiz und restriktivem Haftsystem? Was heisst das überhaupt? Grüezi, Frau Makaai. Grüezi. Schön, dass Sie hier sind. Danke für die Zeit. Justizvollzug ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Es ist viel mehr als einfach Menschen ins Gefängnis stecken. Und darum treffe ich heute quasi die oberste Gefängnisleiterin. Ich bin Miriam Schlup. Ich bin die Amtsleiterin von Justizvollzug und Wiedereingliedrung. Das heisst, ich bin im Kanton Zürich verantwortlich für den Justizvollzug, und zwar für den ganzen Prozess ab der Verhaftung über eine allfällige Untersuchungshaft. Vollzug, das kann sein in Gefängnissen oder auch in anderen Settings. Bewährungsdienst bis hin zum Abschluss von Strafen und Massnahmen werden die Leute wieder in die Freiheit und ihnen hoffentlich deliktfreies Leben austreten. Ah, ich bin übrigens Cheyenne Makaai und ins Gefängnis schickt mir der Kanton Zürich. Also genauer gesagt eben das Juve, Justizvollzug und Wiedereingliedrung. Die Läderin vom Juve ist Miriam Schlup. Im Kanton Zürich gibt es sieben Untersuchungsgefängnisse. Vier sogenannte Vollzugseinrichtungen, ein Massnahmezentrum für junge Straffällige und die Justizvollzugsanstalt Böschweiss. In diesem Zürcher Gefängnis hat es Platz für 1200 Menschen. Praktisch alle Leute, die im Gefängnis sind, kommen auch irgendwann wieder frei. Also zurück in die Gesellschaft. Das Juve ist ab dem Moment zuständig, wo eine Person inhaftiert ist. Der Ablauf ist meistens so. Es gibt einen Streit oder einen Vorfall und die Polizei bringt eine Person ins Gefängnis. Das ist dann eine vorläufige Festnahme. Und die dauert maximal 96 Stunden. In dieser Zeit wird entschieden, ob die Person wieder frei kommt oder in die U-Haft muss. Zuständig für die Straf- und Untersuchungsverfolgung sind die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Also die müssen dann klären, ist da wirklich ein Verbrechen geschehen oder ist da eine Straftat begangen worden. Und dann stellt der Staatsanwalt einen Gerechtantrag. Und solange eine Abklärung im Gang ist und die Gefahr besteht, dass die beschuldigte Person flüchten könnte oder dass Spuren verwischt werden oder dass Absprachen mit anderen Beteiligten erfolgen oder so, solange muss jemand in Untersuchungshaft bleiben. Dann gibt es Leute, die nach der Untersuchungshaft freikommen und dann, je nachdem, relativ lange warten müssen, bis die Gerichtsverhandlung ist, wo dann entschieden wird, auf schuldig oder nicht schuldig und wo die Strafe festgesetzt wird vom Richter. Die einen können dann eben raus und warten draussen. Bei anderen, wo man auch weiss, dass es grosse Fluchtgefahr gibt oder dass sie sehr gefährlich sind, die kommen in sogenannte Sicherheitshaft. Und warten in Sicherheitshaft, die wir auch in den Untersuchungsgefängnissen vollziehen, warten, die darauf, bis dann die Gerichtsverhandlung ist und nachher kommen die Gerichte ins Spiel. Die entscheiden dann. Das Gericht entscheidet also, was die Strafe ist und begründet das so. Und wenn die Strafe ausgefällt ist, dann kommt der Bewährungs- und Vollzugsdienst ins Spiel. Dort entscheidet sich, wie man die Strafe vollzieht. Wie die Strafe für die verurteilte Person also genau aussieht. Die haben dann so wie ein Handlungsspielraum, wie man die Strafe vollziehen kann. In welcher Strafanstalt. Manchmal wird auch eine Massnahme angeordnet. Dann braucht es eine Therapie dazu. Dann gibt es ganz bestimmte Justizvollzugsanstalten, die sich dann eignen für solche Strafe. Bewährungs- und Vollzugsdienst weist dann die Person, in die geeignete Institutionen oder sagt auch, da machen wir das mit Halbgefangenschaft oder da geht jemand in offenen Vollzug. Und all diese Vollzugsformen bieten wir an. Das Ziel von jedem Strafvollzug ist die Wiedereingliederung. Weil praktisch alle Menschen, die ins Gefängnis kommen, die kommen auch wieder raus. Die Wiedereingliederung, die fährt schon bei der Umsetzung der Strafe an. Wie man die Strafe umsetzt, ist auch abhängig vom aktuellen Gesetz. Und diese Gesetze werden auch vor der Bevölkerung mitbestimmt. Die Themen Justizvollzug und Kriminalität werden ja in der Gesellschaft und auch in den Medien gerne diskutiert. Ich merke, es ist ein bisschen ein Unterschied, ob man das verfolgt, was in den Medien ist. Dort haben wir eigentlich eine recht polarisierte Situation. Die einen finden, man müsste viel strenger sein. Das ist eine Kuscheljustiz, das nützt gar nichts. Und die anderen finden teilweise, der Staat sei zu hart. Und der Staat müsse doch die Menschen recht besser respektieren, was er tut übrigens. Oder der Staat greift zu schnell ein und müsste eigentlich den Leuten wie mehr Freiraum lassen. Also in den Medien, finde ich, hört man ein bisschen mehr das Extrem. Wenn ich privat mit Leuten rede, oder wenn man auch vielleicht im Bus mal mit jemandem redet, oder so, kommt man eigentlich sehr differenzierte Meinungen über. Also wo man dann merkt, der Leute ist tatsächlich, die Sicherheit ist ihnen wichtig. Also da sind wir ja auch Teil von diesem Verbund innere Sicherheit. Sicherheitssicherheit ist wichtig. Wichtig ist auch, dass die Leute ein grosses Vertrauen in den Staat haben, dass der Staat dafür sorgt, dass eben die Regeln eingehalten werden. Also wir als Gesellschaft funktionieren ja nur, weil wir eine Regel- und Wertegemeinschaft sind. Und es ist wichtig, dass Regelverstöße auch gehandelt werden. Die Bevölkerung erwartet aber auch, dass der Staat mit Augenmass das macht. Dass der Staat nicht übermacht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und da spüre ich schon aber auch viel Vertrauen. Die Bevölkerung hat das Vertrauen in den Staat noch, dass eben mit Augenmass und nach fachlichen Kriterien vorgegangen wird. Ich glaube, das ist auch eine von den sehr wichtigen und grossen Entwicklungen im Justizvollzug, vielleicht von den letzten 25 oder 30 Jahren. Es hat ein grosser Professionalisierungsschub stattgefunden. Und wir können heute viel fachlich fundierter vorgehen. Auch in der Aufsicht und Betreuung, also auch in der Breite des Berufs, ist man viel besser aufgestellt. Und das gibt wie auch mehr Sicherheit zum Handeln im Alltag. Wir wissen viel besser, was fachlich wirkt und wie etwas geht. Und es sind Prozesse definiert. Du hast gerade gesagt, in den letzten 25 Jahren wurde es professioneller. Und wenn man so hört, es ist professioneller geworden, dann stellen wir gerade unwäglich die Frage, ist das denn vorhin unprofessionell gewesen? Oder was hat denn zu diesem Wandel geführt? Unprofessionell würde ich nicht sagen. Justizvollzug ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. Früher war es wirklich klar, wenn jemand im Gefängnis ist, dann wird die Person einbeschlossen. Und es steht die meiste Zeit des Tages auf ihrer Kamera. Und man muss irgendwie schauen, wie der Tag vorbeigeht. Und wenn ich sage, professioneller meine ich damit auch, dass man heute viel aktiver mit den Inhaftierten arbeiten tut. Das ist eben der Wiedereingliederungsauftrag, den wir übrigens nicht uns selber gegeben haben, sondern der gibt uns das Gesetz über Artikel 75 vom Strafgesetzbuch. Der Wiedereingliederungsauftrag funktioniert ja nur in der Beziehung. Wenn wir wissen, dass 99% der Leute am Schluss wieder aus dem Gefängnis rauskommen, nach sechs, jetzt wenigen Tage, Wochen oder nach vielen Jahren, aber sie kommen wieder raus, dann müssen sie ja irgendwie darauf vorbereitet ziehen, auf das Leben, wo sie dann sollten, eben deliktfrei führen. Also man muss mit ihnen einerseits an ihrer Persönlichkeit arbeiten, also irgendwo schauen, dass wir mit Leuten Frustrationstoleranz trainieren können, dass sie über ihr Delikt reflektieren und anfangen, ein Verständnis zu entwickeln, warum sind sie denn straffällig geworden, darüber nachzudenken, wie können sie das wieder verhindern. Weil wenn sie dann mal draussen sind, haben sie uns nicht mehr zur Hand, sondern dann müssen sie wieder selbstständig und selber im Leben stehen und funktionieren. Und wenn man lange im Gefängnis war und daraus kein Netzwerk mehr hat und irgendwo die Alltagskills verloren hat, dann ist das fast unmöglich und an diesem arbeiten. Mittlerweile gibt es also eben zum Beispiel offiziell den Beruf Fachmann, Fachfrau, Justizvollzug mit entsprechender Ausbildung und eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Aus den Aufseherinnen und Aufseher wurde also ein Beruf und verändert hat sich in den letzten 15 Jahren die Gesellschaft, z.B. was den Umgang mit Autorität angeht. Früher war der Staat auch noch viel autoritärer und man fand das auch in Ordnung. gefunden. Wenn wir zurückdenken, als wir noch Kinder waren, sind staatliche Instanzen oder auch Lehrer oder ich weiss doch nicht, Dorfpolizisten oder so, das sind staatliche Instanzen. Da gab es gar keinen Widerspruch und das hat sich selbstverständlich auch in den Gefängnissen abgebildet. Aber es hat sich in den letzten 25, 30, vielleicht 40 Jahren unser Verhältnis zum Staat auch stark gewandelt und man hat Vertrauen in den Staat. Man erwartet aber vom Staat eben auch, dass er mit Augenmass vorgeht und dass er die Bürgerinnen und Bürger auch als Menschen ernst nimmt und es gibt ja heute auch viel mehr partizipative Planungsprozesse zum Beispiel. Also das heisst, es hat sich auch im Blick auf das Gefängnis etwas gewandelt. Also es wird auch erwartet, dass im Justizvollzug nicht einfach eingeschlossen wird, sondern dass man dort mit diesen Leuten irgendwo auch richtig Zukunft, richtig Perspektiven Entwicklung etwas schafft. Ich glaube, es ist den Leuten schon bewusster geworden, dass hier auch Leute wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Und vielleicht fragt man sich schon auch, was ist denn nachher mit denen? Du hast aber vorhin gesagt, gerade zum Medial ist es sehr polarisierend, wie das abgehandelt wird. Die anderen sagen, Kuscheljustiz, jetzt machen wir alles für sie, super, bekommen die noch Therapie, dann dürfen sie als Instrument lernen und dann noch Theater spielen. Und die anderen sagen immer noch, nein, es ist zu restriktiv, Leute sperren für nichts und man bewegt sich in so einem grossen Spannungsfeld. Ist der Justizvollzug, wie er jetzt gemacht wird, überhaupt noch abschreckend? Ich bin überzeugt, es ist immer noch eine sehr einschneidende Erfahrung, wenn einem die Freiheit beschnitten wird. Auch wenn man in einem Gefängnis ein Freizeitprogramm hat, in dem man teilnehmen kann oder irgendwie arbeitet und was weiss ich, man kann nicht dort raus. Man kann sich nicht treffen, mit wem man will. Man kann nicht essen, was man will. Man hat oft Anstaltskleidung, die man tragen muss. Man ist an ganz vielen Ecken in seiner Freiheit beschnitten und das ist die Strafe. Unsere Aufgabe ist nicht, die Strafe möglichst schlimm auszugestalten, sondern unsere Aufgabe ist, die Zeit der Strafe möglichst gut zu nutzen mit den Leuten zusammen. Brauchen jetzt jugendliche härtere Strafe oder brauchen sie Massnahmen? Oftmals meint man auch bei den Erwachsenen, jetzt hat er eine Massnahme in die Therapie. Auch eine Massnahme ist extrem herausfordernd für die Person, die sie durchlaufen muss. Der Therapeut wird nicht lachen. Delikt-Therapie heisst, sich konfrontieren. Das ist das, was ich bewundere an unsere forensischen Psychotherapeuten. Die müssen so nahe an die Leute wie niemand sonst jahrelang dranbleiben und sie aus der Komfortzone raus holen. Das Ziel ist immer, wer seine Strafe verbüsst hat, kann sich im besten Fall selber steuern und wird nicht mehr rückfällig. Im Kanton Zürich hat sich im Justizvollzug in den letzten Jahren viel bewegt. Z.B. in der U-Haft. Dort dürfen die Leute jetzt mehr Zeit ausserhalb von Zellen verbringen. Die Reform der U-Haft setzt an, dass die Stimmen immer lauter worden sind vor ein paar Jahren. Die Haft ist die strengste Haftform, die man im Justizvollzug kennt. Das viel zu streng ist. Man muss mal schauen, wie viele restriktive Elemente es überhaupt untersuchungszweck sichern. Dort konnte man in den letzten Jahren im Kanton Zürich eine Entwicklung vollziehen, dass man statt 23 Stunden eingeschlossen und eine Stunde auf dem Hof übergehen zu Haftsettings, in denen die Leute fast den ganzen Tag ausserhalb der Zelle sein können, sich in einer Gruppenvollzug bewegen und hauptsächlich über die Nacht allein in der Zelle sein. Das war der grosse Paradigma Wechsel. Gruppenvollzug, mehr Stunden draus. Wir haben in den Untersuchungsgefängnismöglichkeiten, in denen wir den Leuten Arbeit anbieten können. Sie müssen nicht in der Untersuchungshaft, aber sie können. Um den Tag zu strukturieren, wir haben Bildungsangebote in der Untersuchungshaft reinzubringen. Angehörigenarbeit wird heute viel mehr gemacht, dass die Kontakte nicht ganz abbrechen. Das Leben im Gefängnis entwickelt sich also gängig weiter und das eben so, dass auch die inhaftierten Personen sich weiterentwickeln können. Am besten in eine positive Richtung. So, dass sie nach der Haft keinen Delikt mehr machen. Was sind da aber die passenden Massnahmen? Und was passiert eigentlich mit einem Menschen selber in dem Moment, wo er verhaftet wird? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der sogenannte Modellversuch, den der Kanton Zürich zusammen mit dem Kanton Bern macht? Wenn jemand verhaftet wird, ist das immer auch ein harten Eingriff in ein Leben, oft auch in ein Familienleben, in ein Arbeitsleben. Leute haben Wohnungen und sind einbunden und man ist plötzlich hinter Gitter und so Ui, und jetzt was passiert? Mit dem Modellversuch wollen wir mit sechs gezielten Interventionen dafür sorgen, dass wir den Haftschock abmindern können. Einerseits machen wir sehr strukturierte Eintrittsgespräche, wo wir auch erheben, wie es den Leuten geht, was haben sie für Ressourcen, Ressourcen im Sinne von haben sie einen Job, haben sie eine Familie, haben sie einen Arbeit, muss man irgendjemanden benachrichtigen und so weiter. Und das mit dem Ziel, dass Ressourcen, die vorhanden sind, also zum Beispiel eine Wohnung oder eine Arbeit, dass das nicht verloren geht. Wir wissen ja nicht, die Person kommt vielleicht nach zwei Tagen oder zwei Wochen wieder raus und es wäre schade, wenn dann eben bestehend in dieser kurzen Zeit schon verloren geht. Also das wird gemacht. Wir haben so ein Trainingsprogramm Prisma, wo man versucht, den Leuten Instrumente in die Hand zu geben, wie sie ihren eigenen Stress besser bewältigen können. Und dort ist dann wie beim Modellversuch, der wird wissenschaftlich begleitet. Und Modellversuch bedeutet immer auch, es muss etwas sein, was hoffentlich dann übertragbar ist, auch auf andere Kantone. Das muss ein skalierbares Prinzip sein. Der Justizvollzug hat sich also verändert. Er hat sich an der Gesellschaft angepasst und schaffert darauf, dass die Wiedereingliederung von möglichst vielen Menschen funktioniert. Wenn Miriam Schlup noch weiter füren schaut, dann sieht sie v.a. im Bereich Ersatzfreiheitsstrafe noch Potenzial für Neuerungen. Was sind Ersatzfreiheitsstrafe? Wissen Sie es? Ersatzfreiheitsstrafe ist, wenn jemand eine Buss nicht zahlt. Es kann sein, dass du dreimal in der SBB verwirrst oder fährst zu schnell und so. Wenn die Buss zu lange nicht zahlt und gemahnt werden und irgendetwas, irgendwann wird die Buss in eine Strafe umgewandelt. Also Gefängnisstrafe? In eine Freiheitsstrafe, genau. Das sind manchmal wenige Tage, manchmal zwei, drei Wochen. Oftmals die Leute, die müssen absitzen, sind immer wieder die gleichen. Das sind keine Gewalt- oder Sexualstraftäter, sondern die Übertreten gemacht. Oftmals sind es auch Leute, die Suchtprobleme haben und wieder etwas machen, was eine kleine Sache ist, aber immer wieder zu einer Strafe führt. Das ist unser Massengeschäft. Ich dachte, gäbe es irgendeine Innovation oder irgendeine Idee, wie man das Massengeschäft anders gestalten könnte, damit es mehr Nutzen bringt, mehr Nutzen für die Person, die die Strafe ableisten muss. Also heutzutage könnte es auch eine gemeinnützige Arbeit machen. Wie könnte man die gemeinnützige Arbeit ausgestalten, damit es attraktiver wird? Und könnte man den auch für die Gemeinschaft oder eine Gemeinde oder eine Stadt generieren? Und wir als Amt hätten es auch nutzen, weil wir nicht ins Gefängnis nehmen müssen. Das ist immer das Teuerste. Das muss man schon sehen. Wenn ich euch zuhören, Frau Schrupp, dann höre ich sehr viel Engagement und Lust über das Nachdenken, mit dieser Thematik auseinandersetzen, Wäge zu finden. Das ist ein grosser Teil, was man mit der Gesellschaft tut, woher Einfluss hat. Woher kommt das Interesse an diesem Themengebiet? Das ist eine gute Frage. Vorher habe ich soziale Dienste geleitet von der Stadt Zürich. Auch dort hatte ich viel mit Leuten zu tun, die am Rand der Gesellschaft stehen. Irgendwo habe ich angefangen zu merken, mich interessieren eigentlich die Fälle, die am weitesten am Rand sind. Das Randgebiet der Gesellschaft ist etwas, das mich spannend tut. Dort entscheidet sich auch, wie die Gesellschaft geht mit diesen Fragestellungen um. Man kann sagen, das gibt es nicht und verleugnen. Oder man kann das auf produktivere oder weniger produktive Art gestalten und damit umgehen. Ich glaube auch, in einer Gesellschaft geht es besser, wenn man auf gute Art damit umgeht. Wie das der Kanton Zürich im Justizvollzug genau arbeitet, das hörst du in diesem Podcast. In den nächsten Folgen nehme dich mit ins Gefängnis und spreche mit Menschen, die im Gefängnis und mit den Insassen arbeiten. Als erstes gehe ich ins Gefängnis Zürich-West, das in der Stadt Zürich steht. Kommst du mit? Ich treffe Barbara Mordner, sie ist zuständig für das Betreuungspersonal und sie kennt sich aus im Gefängnis Alltag. Den Spagat zwischen den eigenen Gefühlen wahrnehmen und dann unterscheiden, wer ich gegenüber habe. Es gelingt einem nicht immer. Das muss ich auch ganz klar sagen. Manchmal nimmt man die Gefühle auch mit an Wohnzellen und tappt sich dabei, dass man sich anders verhält. Dann ist wichtig, was ich damit mache. Das ist Aufbewährung Lebe mit Gefängnis, der Podcast, der Tor auftut und Hintergitter schaut. Ich bin Jeanne Mackay von Podcast Schmiedi ins Gefängnis schickt mit CUW. Justizvollzug und Wiedereingliederung vom Kanton Zürich.